Willkommen zu unserer heutigen Lektion, wie man geht. Nachdem wir letzte Woche schon herausgefunden haben, wie man steht, ist es nun an der Zeit, unser Selbst an einen anderen Ort zu befördern. Hierzu heben wir zuerst einen beliebigen Fuß unserer Wahl an und platzieren ihn auf einer ausgewählten Fläche in bequemer Distanz zu dessen ursprünglicher Position. Nun wiederholen wir das Ganze mit dem andersseitigen Fuß. Vergessen Sie nicht, im Optimalfall Ihr Laufziel vorher festzulegen, um überflüssige Richtungswechsel zu vermeiden. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein Meister der gehenden Fortbewegung. Sollten Sie dennoch einmal die aufrechte Position verlieren, denken Sie einfach an die Lektion Festhalten. Und vergessen Sie nicht unseren Extrakuss Aufstehen für nur 5999 Dollar.